Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rektoyomi. Wir sind hier immer noch in Kapitel 3 und müssen jetzt kämpfen gehen. Hier sind wir ja letztes Mal noch ganz am Ende gestorben. Komm mal da. Ey. Nein, ich kann nicht mehr rausrennen. Scheiße. Nein, 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 nein. Okay. Weg da. Biss dich mit deinem Speer. Oh. Alter, ich wurde einige Male getroffen, du. Und bis zum nächsten Schrein dauert es wohl noch ein bisschen. Eine Reisschale habe ich gefunden. Super. Ah, da ist er. Ah, ah, ah. Huh? Wie habe ich den denn nicht treffen können? Nein! Och, Gottchen. Hint es wieder mit. Wollen wir mal so. So. Whoa, whoa, whoa. Okay, der ist tot. Das ist gut. Der auch. Und schießen. Okay. Ich bin jetzt zwar auch wieder oft getroffen, aber zum Glück weniger als gestern. Das ist doch schon mal gut, oder? Oh, Jesus. Na, los, schieß. Ey! Ey! Zwei Minuten gespielt, zweimal schon gestorben. Perfekt. Perfekt. Okay, nochmal. Na, komm. Okay. Sehr gut. Nein, komm. Ja, danke, dass du geschossen hast. Pfff. Kann ich hier irgendwas noch einsammeln? Nee. Okay. Wie viele kommen denn da noch jetzt? Heilige Scheiße. Na, komm. Sag mal. Okay. Ey! Also, der trifft sogar zweimal. Blödes Arschloch, du. Gib mir ein Schrein. Irgendwas. Bitte. Ja. Ein Schrein. Ich glaube, sie ist tot. Habe ich so im Gefühl. Naja, wir haben keine andere Wahl, als es rauszufinden, na? Ob sie auch wirklich tot ist, ist vorleiden. Hm. Oh, Jesus. Was ist du denn für ein hässlicher Kopf? Deine Nase sieht aus wie ein Schweinchen. Was hast du denn? Wie ist das, was ich gesagt? Ich habe, dass ihr aber nicht verено? Wann? Ich habe das Problem? In dieser Hand. Was ich mich verletze? Ich habe, mich wiederholtet, ein Lieber? Das ist nicht! Was ich nicht verletzen, in diesem shooters. Oh nein, das ist der vom ersten Kapitel, der den Sensei getötet hat. Ach he je, okay. Hier. Na komm. Ey! What? Tollu-ni-dar-la-nu. Ta-wam-le-wa-mou-yo-i. Yomi-e-yuk-ke. Aiko. Ah hei-e-mi-ne. Aiko. Aiko. Jetzt dreht er völlig durch. Jetzt dreht er völlig durch, du. Folge Aiko. Er bringt sie nicht aus dem Kopf, ha? Oh, was haben wir hier? Sprintangriff. Schmetterschlag aus dem Sprintchen raus. Schwere Schnellkombination. Okay. Ich würde das gerne probieren. Pfeile, okay. Oh, das klingt so gruselig. Ist hier noch was? Nein. Ja, das ist ne Illusion, mein Freund. Sa, die ist ne Illusion. Hm. Maybe so? Ja, dankeschön. Ähm. Neuer Sammelgegen schon. Oh, Nudo. Ist hier hinten vielleicht noch was? Ja. Ah, das wäre Munition gewesen. Okay, ich dachte schon Munitionskapazität erhöht. Das wäre zu schön gewesen. Befallene. Oh, Gott. Was ist denn mal hier? Was ist das? Ah, ja, 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 ja. Das war aber ein Sammelgegen schon. No pera bo. Okay. Also, wenn das sein soll. Ach, das würde ja da stehen, aber. Du sollst auch nicht alles durchlesen. Okay, mal hier. Hm. Erstmal hier. What? Sag mal. Die halten einiges aus. Beim Platzwechselparade. Beim Parieren kannst du wahlreise mit deinem Gegner den Platz wechseln. Ah, okay. Wo ist er hin? Hier. Aua. Abiss dich mal hier. Ist es denn der richtige Weg? Hier geht es vom Dorf raus. Ich will dann nochmal zum anderen Ort zurückgehen. Warte mal. Ah, okay. Ah, ich kann jetzt bessere Kombos machen. Das ist die, die mir vorher noch angezeigt wurde. Ist cool. Oh, damn. Was ist denn hier los? Gesundheit erhöht. Uh, yes. Das gefällt mir dann natürlich. Das gefällt mir dann natürlich. Das gefällt mir dann natürlich. Alter, die drehen alle durch hier. Alle zusammen. Börlig blem, blem. Naja. Gehen wir weiter. Was haben wir denn hier alles? Das zerfrisst alles. Das ist das hier ihr Gehirn. Oh, shit. Weil die halten einiges aus, die Kollegen. Okay. Warum ist es so blöd rumzuschreien da? Oh, einschreien. Schön. Schönes Ding. Hm. Ich würde sagen, auch wenn der Part ein bisschen kürzer war, beenden wir es doch mal für heute. Ähm. Und morgen können wir dann Kapitel 4 abschließen. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.